Der Anwalt der ÖVP, Werner Supan, hat bei dem Straf- und Strafverfahrensprofessor Hubert Hinterhofer eine strafrechtliche Stellungnahme in der Causa Sebastian Kurz beauftragt. Auf sieben Seiten setzt sich der Universitätsprofessor mit den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen den Kanzler wegen des Verdachts der Falschaussage im U-Ausschuss auseinander. Dabei sei eine Falschaussage ein Vorsatzdelikt. Hinterhofer meint, dass es fraglich sei, ob Kurz tatsächlich falsch ausgesagt habe. Er bezweifelt die Folgerungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft und deren Beweisführung. Dabei wirft er den Behörden wiederholt spekulative Schlussfolgerungen vor. Auch Kurz beharrt bekanntlich darauf, dass er nicht die Unwahrheit gesagt habe, für einen Strafantrag seitens der WKSTA brauche es eine Vorverurteilungswahrscheinlichkeit, die laut dem Berichtersteller nicht vorliege. Vor allem aber würde es starke Zweifel geben, dass Kurz vorsätzlich etwas Falsches ausgesagt habe. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft sieht dies allerdings etwas anders.